Der Live-Radio-Wochenrückblick Am Montag konnte auch ich mich auf die Straße trauen. Halloween, überall schirche Leid, überall Grauen. Früher gab's das nicht, als wir noch Kinder waren. Manche ist deshalb verstimmt. Das ist eine Frechheit, wir haben eigene Kultursachen. Haben wir blöd verkaufen mit diesen Schmorgen. Die Kinder haben eine Freude gehabt. Und sie haben gelernt, am Weltspartag das Reich zu sein, ist ziemlich weit entfernt. Ich hätte ja gern mit Geld gefüllt, gleich ein ganzes Silo. Wie viel Knädel brauche ich da? Ja, schon einmal, das soll ich mal sagen, 80 Kilo. Live-Radio-Moderator Kaufi zeigt's der wirre Kopf. Es gibt wahrlich für jeden Deckel irgendwo einen Topf. Seine Freundin sagt beim Antrag, ja, der Heiratstermin steht. Kaufi bester Ehemann. Wenn ich's denn dann verstanden hab, worum's geht. Das war's, liebe Tiroler. Diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche Live-Radio hören. Seid's vorne mit dabei. Das war's, liebe Tiroler.